Ah, was mach' ich hier? Auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video. Weil mir absolut langweilig ist. Spielen wir heute ein Trash-Game, würde ich mal sagen. Haben wir Bock auf ein Trash-Game, spielen wir heute ein Trash-Game. Nehme ich ein Trash-Fnaf-Game. Oh ja, ich bin gespannt. Was ist das? Ah, ich bin Thomas. Wow. Ich habe ein neues Apartment gefunden. Wie sollte ich danach leben? Kein Geld mehr. Das ist ein Ort zum Leben, aber kein Geld. Was für Zeitungen haben wir, was für eine Zeitung haben wir denn hier? Das frage ich mich auch. New Decorations for Garden. Das ist ein Teufel, warum? Oh, ein Wächter wird benötigt an so einem Elite-Ort. Das ist ein Job für mich. Gleich mal anrufen. Ja, ich würde als Security Guard arbeiten. Alles klar. Kann ja nur schief gehen. Super, jetzt habe ich den Job gefunden. Gehen wir mal zu dem Ort namens Ferry Kingdom. Das ist mein rostiger Van. Das muss ich noch sauber machen. Also wenn das kein Trash-Game ist, dann weiß ich auch nicht. Ach, bin das ich? Oh, was habe ich getan? Ich bin so rumgerast, dass ich gecrashed bin. Was werden sie mir antun? Es kümmere dich nicht drum, es ist wirklich nichts. Was auch immer das Teil ist, ist hart. Lass mich helfen zu parken mit diesem Van. Oh, danke. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Du bist ja nur ein Wächter, oder? Nachtwächter. Lass mich dir deinen Arbeitsplatz zeigen. Natürlich. Natürlich. Dankeschön. Hm, ich soll in diesem Haus sitzen? Nein, in diesem. Äh. Äh. Keine Ahnung. Geh doch mal um das Klingende rum. Damit du besser mit deinem Business klarkommst, oder was? Ab 12 Uhr solltest du in diesem Haus sitzen. Dann sag dir dann, äh, 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 was du zu tun hast. Guten Nachmittag. Oh, das ist unglaublich. Oh ja. Oh ja. Jetzt darf ich in diesem Haus sitzen. Trash day dem des Jahres, oder wann auch immer das Spiel rauskam. Phone. Ja. Matches. Oh nein, weint auf dem Music Box. Kann ich das untermachen? Er ist noch drei Sound. Hier unten bin ich. Hier unten bin ich. Das sind die, äh, Viecher, oder was jetzt? Weg. Ja, Windows Panel hier, so. Mach mal weg hier den Kack. Kann ich die Kamera untermachen? Genau. Was kann ich denn da machen? Ah, da kann ich auf die Uhr gucken wahrscheinlich. No Messages. SMS. Jetzt gibt's gleich schon drei Uhr ist. Matches. Ach so, äh, Streichhölzer. Ach, ich muss, äh, muss drauf tippen, dann wein ich das Ding auch. Alles klar. Mann, doch auf ne Musik Box. Fairy Kingdom Control Panel. Wow. Warte mal, kann ich jetzt mal kurz hier gucken? Was ist denn hier sonst irgendeiner? Oh, hier sind die ganzen creepy Viecher. Zeig sie mir. Welchem Haus bin ich denn jetzt? Ich bin im kleinen Haus, ne? Ich bin nicht in dem. Und wer ist denn in dem großen? Oh, ich hab vergessen zu sagen, ist, äh, wie ich es finde, da ist nicht genug Öl in der Lampe, also solltest du am besten nicht die, äh, die Zeit in der Dunkelheit verbringen. So, dafür hab ich dann die Streichhölzer oder was? Weil meine Öl, mein Öl in der Lampe ist bei fünf Prozent. Also ich weiß auch nicht, wie ich die ausmachen kann, also weiß er nicht. Wirkt sich hier auch mal einer. Ich seh' ich zumindest keinen. Was zum Teufel? Oh. Ups. Okay. Ist es hier wie in FNAF 3, dass man in der ersten Nacht gar nicht sterben kann? Kann es sein? Kann man sich sowieso vor? Wow. Hallo. Hallo. Lass mich hier raus. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Oh. Danke für diesen wunderschönen Einblick. Noch zwei, okay. Oh, ich hab's mir schon gedacht. Das ist ein absolutes Trash-Game. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ne, vielleicht wird's ja noch creepy. Wie kann ich eigentlich die, äh, die Lampe ausmachen? Da wär ich mir sicher. Castle. Ja. Achso, wenn, äh, wenn, äh, die Lampe ausgeht, dann muss ich einfach hier mit dem Dings hier dahin gehen und dann wieder anmachen. Alles klar. Ja. Äh, und, äh, nebenbei, äh, dieser, äh, dieser, unbekannte oder dieser seltsame hat gesagt, dass dieser Froggy oder dieser Kiddy kommen, dann... Was? Dann soll ich das Licht an und aus machen, wieder und immer und wieder und immer wieder. Jetzt. Beweg' ich die Viecher jetzt endlich auch mal. Ja, einer hat sich bewegt. Zumindest kommst du... Ja, da unten steht er... Ich lache noch. Äh, was ist das da? Irgendwer sitzt da. Der fehlt mir an den Kragen. Wer ist das da unten? Ist das ein Gartenzwerg oder was ist das? Ich glaub, da unten sitzt ein Gartenzwerg. Wo ist der Gartenzwerg hin? Nein, das ist Froggy. Achso, Entschuldigung. Ja. Okay. Wie kann ich das Licht an und aus machen? Ich verstehe es natürlich. Wo ist er denn jetzt, hier? Froggy! Komm rein! Grüß dich! Grüß dich! Hm? Wo ist er denn jetzt, hier? Oh, der Hund ist er. Oh, der Hund ist er. Hey, da unten ist er. Hi! Ich schmeiß' ihn an. Ah! Ich wollte ihn gerade mit dem Streichhäumen. abschmeißen hat er nicht so gut geklappt soll hier ist keine ahnung was da steht keine ahnung jetzt schon gern was zum teufel soll ich denn gegen die machen soll ich nicht an und aus machen ja wie denn wenn ich wenn das nicht geht alter matches ja schön auspusten oder so keine ahnung ich soll das licht anlassen ich soll das licht anmachen wenn einer bei mir drin ist ja was ist denn das problem verstehst du nicht wo sind sie denn außer gartenzwerg wieder keine ahnung obwohl panel kann ich das full panel öffnen verstehst du mir nicht verstehe gar nichts das kiddie oder was das froggy wie zum teufel solchen abwehren i don't understand is kann ich irgendwie die streichhölzer irgendwie ich kann ja auch nichts mit die streichhölzer mache ich kann die ausfahren und dann keine ahnung was machen so froggy ist da schön kann ich hier nicht irgendwie hier den irgendwie hinlocken warte mal so ist es folge gleich wieder links rechts meine ich ich spame einfach mal die streichhölzer so jetzt ist froggy da unten und jetzt ja weiter verstehe ich nicht crack 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 game over okay okay alles da ja ideal ist trash game für video würde ich mal sagen was ist das muss meine musik eigentlich das was ist hier oben kann man sich jumpscares reinziehen und mini games und welt rekorde aber es geht also irgendwie nicht und hier sind irgendwelche konzept arts konzept und cancel content nokia alter look von der froggy steve von seinen zähnen und dort ist es tut ok anderer wenn gekänzelter wenn der ist zu kaputt und der background passt nicht alles klar und so irgendwas ich muss das kaufen alles klar das mache ich natürlich nicht einstellungen ich würde sagen das war es zu dem trash game oder es war trashig genug und ich habe mich wesentlich einmal erschreckt also ja immerhin etwas es ist ein absolutes trash game muss man einfach sehen ja ich weiß auch nicht was ich dazu noch sagen soll ich wollte mir war es einfach langweilig und habe jetzt dieses trash fluff game gefunden und ja habe einfach bock gehabt das mit euch anzugucken und ja ob das was im teufel wir sagen das war es mit dem video haut rein und schau vielleicht bin ich ja noch ein fangame auf dem handy muss ich uns reinziehen können aber das war ja egal vergess mich haut rein und schau